So, guten Morgen meine lieben Freunde. Wir haben Samstag, der vorletzte Tag der Gamescom steht an. Jetzt sind wir wieder fertig, sind wieder bereit. Neun ist Einlass, diesmal eine Stunde früher. Und heute Abend natürlich noch ein Last Man Standing, haben wir ja vor uns. Oh je, langer, langer Tag, langer Abend. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich komme. Wahrscheinlich mal ein oder zwei, wenn es noch länger geht. Und dann geht es morgen schon wieder auf die Gamescom. Oh ja, langer Tag. Erstmal um eine Stunde verschlafen. Ja, Becker hat geklingelt anscheinend, sie hat ihn ausgemacht und dann war es das. Na ja, egal. Wir kommen trotzdem noch pünktlich an. Kein Thema. Wetter ist heute sehr, sehr, sehr bewölkt. Keine Sonne. Aber es ist trotzdem noch schwülend warm, komischerweise. Heute Nacht hat es auch gewittert, es hat nicht abgekühlt. Ganz, ganz leicht irgendwie. Also man merkt nicht viel davon. Nein, man merkt nicht wirklich was davon. Na ja, schauen wir mal, was wir heute auf der Messe so machen, wie wir so treffen. Heute kommen noch die ganzen anderen Chaoten von Ark und Co. Gucken, dass wir die auch noch treffen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns später. Wir gehen. Tschüss. Nein. Und willkommen. Wir müssen da nicht durch. Die wollte schon wieder in Halle 10, wo wir hinwollen. Wir sind wieder drin. Diesmal die Menschenmassen eine Menge mehr. Samstag natürlich extrem viel los. Naja, wir gehen jetzt zu EA. Wollen Need for Speed antesten. Wir versuchen zu EA. Genau. Äh, FIFA wollen wir nicht unbedingt. Miros Edge wollen wir. Und Need for Speed. Mal schauen, wie es wird. Wetter ist immer noch. Total schrecklich. Dich Menschenmassen, die hier durchlaufen. Alle rennen. Nächsten Bein stellen. Mal gucken. Ich hab ja wieder mal Zeit und legst du da komplett weg. Dann muss ich was rein. Genau. Ja, schauen wir mal, was EA spricht und tut. Wie viel da los ist schon. Dann bist du nach Harm. Ciao. Da, GO. Super. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020